Die Stefanie klopfte auf das Tablet. Aber werfen diese Bilder nicht ein ganz neues Licht auf den Fall? Könnte da nicht ein Motiv dahinter stecken für die Morde? Vielleicht eines, das weit zurückliegt? Die Fotos sind von 1992, also 30 Jahre alt. Die Badalucci war damals kaum 20, der Hasselfeld nur wenige Jahre älter. »Ich werde«, sagte Gasperlmeier, »das alles morgen der Frau Doktor präsentieren. Es ist Sonntagabend, der Knopf sitzt in der Zelle, die Aurelia liegt im Krankenhaus. Was soll denn heute noch groß passieren?« Was passierte, war, dass Gasperlmeiers Handy läutete. Die Manuela war dran. »Ich habe soeben den Bericht der Spurensicherung erhalten. Das Auto von dem Sunday ist sauber. War ja auch nicht anders zu erwarten.« »Tu mir einen Gefallen«, bat Gasperlmeier. »Ruf ihn an und bring ihm seine Autoschlüssel oder sag ihm, dass er sie abholen kann. Ich wäre dir ewig dankbar dafür, wenn du mir das abnimmst.« »Ewig? Wie lange dauert das?«, fragte die Manuela belustigt. »Ewig halt«, antwortete Gasperlmeier. »Sogar über die Pensionierung hinaus.« Die Manuela lachte, versprach ihm, den Gefallen zu tun, und legte auf. Kapitel 13 »Verspricht, ein interessanter Tag zu werden«, begrüßte die Frau Doktor Gasperlmeier vor dem Krankenhaus. »Den Knopf, den habe ich einem Kollegen abgegeben. Der soll jetzt haarklein seine Geschichte noch einmal erzählen, und dann werden wir ja sehen.« »Zwei Sachen noch«, Gasperlmeier hob den Arm, um die Frau Doktor zu stoppen. Erstens, mir ist eingefallen, warum die Geschichte von dem Knopf nicht ganz stimmen kann. Der hat nämlich damals völlig überrascht gewirkt, als wir von den Pornofotos erzählt haben. Erinnerst du dich noch? Untertitelung des ZDF,? Untertitelung des ZDF, 2020